Hallo liebe Leute, hier mal ein Post noch in Sachen Futter. Also am Montag ist ja der 13. Dezember, der nächste Montag ist der 20. Dezember. Wie ja allgemein bekannt ist, bestellen wir immer Montagsfutter. Wenn wir noch montags den 20. Dezember bestellen, kann es passieren, dass das nicht vor den Weihnachtsfeiertagen mehr kommt. Deshalb mein Appell an euch, passt auf. Wenn ihr am Montag, 13. Dezember bis um 11 Uhr bestellt, dann kriegt ihr auf jeden Fall euer Futter noch vor Weihnachten. Außer es wäre halt total ausverkauft und nicht lieferbar oder so. Mein Angebot an euch ist, bestellt frühzeitig. Ich lager es euch auch über Weihnachten. Ihr könnt es dann auch zwischen Weihnachten und Neujahr oder gleich Anfang des neuen Jahres abholen. Weil einfach erfahrungsgemäß zwar unser Lieferant dann wieder arbeitet, aber die Speditionen nicht. Und dann gibt es immer Engpässe und dann kommt es zu spät und manche Leute vergessen halt einfach rechtzeitig Futter zu kaufen. Klar haben wir ein bisschen am Lager, aber es ist halt einfacher zu disponieren, wenn man ein bisschen was in petto hat oder weiß, was die Leute brauchen. Also, wenn ihr bestellt am Montag, 13. bis 11 Uhr, dann habt ihr über Weihnachten, Neujahr auch Futter. Danke, ciao.